Hallöchen Freunde der Sonne, Willkommen zurück zu Spyro the Dragon Äh, hier, ja Die komische Tante hier hat das, äh, geöffnet und Geib, aus diesem Punkt Wir haben alle 14 Talismänner Und prüfen uns jetzt, äh Hier Was ist denn, Junge? Oh, die Fee, hier bitte Das war mein Umhang Drache, du gehst mir langsam echt auf die Nerven Tag, tschüss, Fackelarten Geil Es ist Zeit Oh, jetzt kommt als nächstes Geil Als Gegner Voll coole Laserbeams Geil Mach ihn fertig und du kriegst so viele Fäden wie du es kannst Das werde ich genießen Okay, so können wir ihn nicht besiegen Aber sooo Okay, das macht er kaputt wieder Okay 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 Geil Geil Ist scheiße als Gegner Ich weiß echt nicht, wie ich da ausleuchten soll Okay, ich werde sterben Oh 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 Oh, jetzt muss ich die Dinger in den Mund Ey Hey Ich finde es cool, dass du mich hier unterstützt Sooo Danke fürs Leben Danke fürs Leben Okay Okay, wir werden's Vielleicht doch schaffen Komm Na komm Na komm 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 ich hab bitte brauche ich hab ich schon von ok wie weit springt er jetzt alter 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 nein er kriegt auch wieder leben das gefällt mir nicht aber egal wir schaffen es trotzdem zu sehen alter ich hing fest ich kam noch nicht weg von der wand aber geil geht mir richtig auf den sack gut dass er leben wieder kriegt ist ok aber diese laserbeam ich kann die kaum ausweichen und vor allem sind einer tacke da alter aber ich hab ne idee wie das eigentlich ganz easy wird ich hasse diese bomben ich muss mal herausfinden er geht in meine laufrichtung mit diesem das ist das so also ich puste noch mal gegen voren klappt es nicht mehr willst du verarschen hat spielt ja wohin ich hau diese dinger irgendwo hin bis zu jedem und jetzt sind millimeter das spiel will mich jetzt verarschen jetzt treffe ich ihn nicht mehr der war ja dumm von mir ok 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 ich habe so ein bisschen so endlich mal wieder ein treffer galp bin nämlich einfach her weil ich weiß nicht ob die eigentlich wirklich für mich sind da ist der nächste treffer jetzt noch fünf leben hier sind die blastiger da ist der nächste treffer oie 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 drinnen, drinnen, hier so noch drei leben die schüsse werden jetzt noch präziser ja und jetzt liegt der ding schon wieder nicht richtig ich verstehe es echt nicht jawohl ich dachte ich wurde getroffen er noch ein leben kommt eine rakete jetzt da ist die rakete gewesen und da ist geil dort wo kommst du denn hier ich war bei der burg in der herbstlichen heimat die burg ist jetzt wieder frei keine spur von ripto und seit du hier bist kommen die kreaturen von avala endlich miteinander klar da du so viel für avala getan hast und ich weiß wie sehr du dir einen urlaub wünschst wollten wir unbedingt was gutes für dich tun es ist zwar nicht viel aber hoffentlich magst du es das ist toll aber kommst du nicht mit aber ich muss nach dem Professor der Wintertundra sehen er repariert noch das Superportal damit du nach Hause kannst das klingt ja sehr spannend dann häng ich mal eine Weile rum und genieß die Sonne welche Sonne welche Sonne hey wo ist die Laura hin ich folge ihr besser da wurde der Garp besiegt da wurde der Garp besiegt wir haben es geschafft also ich frage das jetzt eigentlich müssen wir noch Ript Raptor besiegen das heißt es ist noch nicht vorbei aber trotzdem ich glaube ich habe die Lösung um mit dem Superportal die Drachenwelten zu erreichen diese Energiekristall sollte die nötige Kraft bringen jetzt fehlen nur noch ein paar letzte Berechnungen ich glaube ich hab's exzellent endlich ist alles vorbereitet wir brauchen noch viel mehr Kugeln aber dank des Energiekristalls sollte das Superportal jetzt funktionieren so ihr dachtet wohl ihr wärt nicht losgeworden ich muss euch enttäuschen ich habe dem feckten Geldsack ein paar Bomben abgekauft schnell der Energiekristall mag es nicht Bücherwurm sonst bist du nur noch ein kluges Häuflein Asche genau richtig für mein neues Zepter Jäger tu doch was schnell hey gib ihn zurück Jäger du bist so eine Pfeife alter ich hab's versucht ha 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 ihr Idioten erst bekommt ihr mein neues Zepter zu spüren dann benenne ich diesen Ort um in Reptonia ha 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 chore da jetzt sagt was das jetzt davon richtig nicht nichts nach wegen nada niente okay und hat uns auf der aus der burg verband noch schlimmer er hat unsere neuen energie kristall für das superportal gestohlen ja, easy theoretisch musste ich jetzt die Sachen machen aber wir haben natürlich, also wir machen sie natürlich die Sachen aber theoretisch, ich brauch doch keine Talismänner mehr wozu brauchen wir jetzt noch die Level? hm reise nach Zauber-Sumpf und bitte keine magischen Wesen die dann irgendwie irgendwas hinter uns herschießen hasse ich okay alles klar okay, 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 ja, ich muss nochmal E zurück okay, ähm, okay, 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 ja, ich muss nochmal E a ok alter über 20 dinger werfen es würde helfen wenn du raus willst welche böse macht diese katastrophe steckt ok er tut nicht oh ich hatte kein neben mehr ups alter du hessiger Affe, huh nehmu, stirb einfach Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das tun sie ja nicht. Eigentlich. Da ist ein Frosch. Das war's. 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 Ich bin jetzt mal perfekt geflogen. Von der Weit auch. Und wozu brauche ich die Scheisse? Zumindest da brauche ich sie nicht. aber anscheinend muss ich da um weiter ich weg hier nicht durch was ist denn das hier für ein level alter ich muss eigentlich sein oje es scheint als hätte ich den springbrunnen ausgehen lassen hier nimmt diese kugel und sagt hydra nichts von meinen kleinen niggerchen ok das ist die einfachste kugel die wir jemals bekommen haben na da komme ich doch nicht hin hm 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 Springbrunnen wieder, geil, toll Boah Ich weiß nicht was ich dazu sagen soll Ja, du bist tot Moaan, das ist hier so verstrickt Ah ja Alter Was gibt's denn hier immer noch für Wege Und da ist auch nochmal ein Weg Wir müssen sogar jetzt gehen Ja Nein Ja Ja Jetzt geht's ab Ah Wir sind ja hier Ja Und hoch geht's Ich würde gerne lösen Weil Äh Wo ist denn hin? Ach da Wieso Wieso kann ja ebenfalls schwimmen Nein 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 Auf Ich brauche Nein Ich blege ja Ja BOOM! Hm, ok Wenn wir jetzt keine 40 drin sind Das... ...bezweifle ich Alter Wie soll ich den Typen kriegen? So! Ah, guck mal Blö, hier ist auch noch ein Typen Oh Gott, hier ist auch noch ein Typen Das ist gar nicht links, das ist Äh, damit ich hier hochkomme Ah, ich dachte da gehts jetzt auch noch mal hoch Ich wollte nicht runter, aber egal So, hier muss jetzt noch einer sein Hier ist auch noch einer Hier ist auch noch einer Oh, Scheiße Oh, Scheiße Aber wo wäre denn dann das letzte Ding? Nein! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Nein! Ich kenne ihn ja nein 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 also ich krieg das ding hier nicht jetzt habe ich es gekriegt so da ist auch noch einer aber das war es jetzt hier okay ich habe keinen schaden gekriegt merci alle münzen haben wir auch ja toll der bladstift des professors hier jetzt nach hause hier Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe ihr hattet sehr viel Spaß, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis denn und Tschüss.